Das Feuer soll nach zwei Stunden halten, wie kann es nach einer Stunde schon nicht nur noch cool sein. Macht doch keinen Sinn. Warm haben wir auf jeden Fall, es zieht aber hier noch ein Stürmchen auf. So, ich würde sagen wir ziehen erstmal weiter. Infektionsrisiko ist schon bei 40%, das ist super. Wir müssen weiter, wir müssen ein Haus finden. Und zwar sofort. Es wird schon wieder kühler, ich weiss, aber sonst machen wir halt noch ein Feuer. Ich muss einfach wieder hochkommen. Es ist eine Katastrophe hier. Und wenn ich jetzt so durchlaufe, wahrscheinlich bricht gleich das Eis. Ich weiss es ja nicht. Und natürlich, wenn uns der nächste Wolf angreift, sieht es düster aus, sehr düster. So, also wir schleppen, vielleicht sollte ich auch was ablegen. Vielleicht auch gescheit. So Sachen, die wir gar nie brauchen werden. Einfach ablegen, damit wir nicht mehr überladen werden. Das macht es uns da oben bei der Strasse. Da hittet wir wieder. Hier so. So, jetzt stellen wir mal hier. Beispiel das da ablegen, ablegen. Ah, die sind gar nicht schwer, aber ist ja egal. Äh, 12 Metallschrott. Ist zwar schön, aber 6 legen wir ab. Äh, was legen wir doch ab? Die Kohle macht natürlich 9 Kilo. Ne, komm ich nicht, lieber Kohle mit. So. Das ablegen. Ja, auch so ein bisschen. Die Stiefel hier sind auch schlechter. Komm, die lassen wir auch hier. Dann sind wir nicht mehr ganz so übel beschwert. Aha, immer noch. Führen. Zwei. So. So, liegt alles hier. Wir können wieder rennen. Hoffentlich sehr weit. Und wir finden hoffentlich gleich was hier auf die Kurve. Wir können ja das Zeug immer noch holen. Wenn es wieder gut geht da. Aber so kommen wir halt. Erstmal relativ weit hier auf der Strasse. Weil sie behint der Auto. So. Jokoriegel. Verlassene Harris Hype Stätte. So, schnell mal was trinken vielleicht. Wahrscheinlich am Schluss sterben wir an einer Infektion, denke ich mal. Das Wetter macht es uns natürlich auch nicht gerade besser. So, schau ich mal schnell hier. Hier wird es nichts geben, denke ich mal. Dann reden wir weiter. Sonst können wir immer noch zurückkommen, wenn wir nichts flieten. Hier. Und da im Auto. Hier können wir gar nicht übernachten im Auto. Blöd. Zerbröckelnde Schnellstrasse. Und da ist das Kacke. Ich frage mich, kommt wir jetzt wieder in die andere Welt? In die andere. Wie sieht es aus? Oder ist es nur ein Kackende? Wir frieren auch schon wieder, ach ist das kacke heute, aber wir mussten hier irgendwo hingehen, das war ja, wir hatten alles gesehen in der Web, die Web muss ich sagen, die war eigentlich ganz interessant gemacht, der andere mit dem Leuchtturm, der Leuchtturm war super, das war das einzige richtige Haus, statt nach dem Weg, da war der Sound wieder ein Hagger, so wir verlassen diese Strasse, schauen wo wir hinkommen, Küstenstrasse, genau, da wo ich gesagt habe, da ist das gleiche Auto, Küstenstrasse, da haben wir ja die besten Erfahrungen damit gemacht, so, wo ist denn das, ist das da hier, ah, ich glaube, ich weiss, wo wir sind, erst mal hier reingehen, so, ui, schon wieder ein Gewehrputz jetzt dabei, so, der Sturm tobt hier nicht, so, aber wir sind trotzdem überlassen, haben einen schlechten Zustand, so, ja, das denke ich mir, äh, ich glaube, wir liefen mal hier hinten durch, aber sah die den Übergang anscheinend nicht, denn, äh, hier nach dem Stein links müssen die zwei Häuser kommen, wo wir immer vom Wolf gejagt wurden, da, das müsste da sein, wenn ich mich so richtig orientiere, hier, so, der Zustand sinkt und sinkt, aber er kommt ja gleich an, und da müssen wir, ja, hier ist schon wieder ein Wolf, das ist super, da müssen wir erst mal Pause machen und das hochheilen, der Blödsinn ist ja, dass es gar nicht angezeigt wird, also ich sehe es einfach nicht, kann auch sein, dass ich zu blöd bin, aber, dass irgendwann geht es weg, dann zeigt es einfach nicht mehr an, so, es geht gerade wieder eins runter, ich habe gerade Angst bekommen, überhaupt kalt, sind überladen, ja, sieht überhaupt nicht gut aus, jetzt hier links rein, es müsste fast sein, denn es sieht schon so aus hier, wehe, da ist jetzt ein Wolf, ein Haus ist da, auf jeden Fall, Alter, Alter, so, nur zum Haus durchschlingen, das ist schon gut, wenn wir es nur schon so schaffen, irgendwo ist er, sehe ich nicht mal, da ist er, da ist er, oh shit, das ist kaputt, die haben das geendet, Alter, das Haus war immer gut, da, scheisse, nein, wir hinkommen, boah, ein totes Kaninchen hier, boah, wir haben es geschafft, er fällt mit steinvollem Herzen, die schmeissen wir mal weg, so, haus uns erküsst, äh, wo ist hier der, gibt es hier überhaupt eine Feuerstelle, wusste es ja fast, oder? hier ist die Türe dicht, es gibt hier dicht bei der Feuerstelle, Alter, wie du mich fährst, da ja nicht, da ist ein Buch, aber das ist scheissegal, nein, es gibt keine Feuerstelle, gut, weisst was, wir flütteln mal schnell hier die Schublade, so, hier in die Kiste, packe ich jetzt mal alles, was wir gerade dicht anhaben, nur um Gewicht zu sparen, so, so, äh, da unten packen wir auch Zeugs, was wir jetzt gerade dicht brauchen, so, die sind ja nicht so wichtig, aber hier, so, das ist schon voll, und hier noch was, ja, wie viel geht denn, gar nichts wahrscheinlich, doch geht da einiges, Ah, neun, gut, so, wir haben Gewicht verloren, und schlafen mal drei Stunden, hoffentlich geht das von der Wärme her, nicht, dass wir jetzt tot sind, es ging mir, es geht uns schon besser, Infektionsrisiko ist immer noch hier, so, ich krieg's mal schnell was, und dann essen wir hier noch ein Mäuslriegel, und noch ein Schokoriegel, so, jetzt, wir schauen uns schnell um, ob irgendwo gerade so ein Erste-Hilfe-Kasten ist, vielleicht haben wir ja Glück, Schmerzmittel ist natürlich gut, aber wir brauchen Antiseptikum, irgendwoher, so, ne, sie nützt uns auch nichts, äh, mit Halbpfanne, ja, ich kann überall suchen, aber ich finde gerade nichts, Kleiderschrank, auch nichts, ah, komm schon, irgendwo muss doch hier was sein, Ofen, nicht, wir sollten das schon behandeln, ah, shit, das wollte keiner anzünden, salzcracken, immerhin zweimal salzcracken, das ist sehr viel Kalorien, so, Brandbeschleuniger, komm schon, Sardinen, hier hinten ist gar nichts, also das meiste hier ist einfach mal leer, das ist natürlich blöd, eh, so, hier ist auch nichts, okay, die Kirche haben wir bereits abgesucht, die letzte Chance ist hier oben, da, Wollschal, immerhin Buch, können wir etwas anzünden, sonst hier auch nichts, auch hier haben wir auch noch Chancen, hier auch nichts, hier ist immerhin Getränk, aber sonst nichts, das Klo können wir natürlich das Wasser mitnehmen, ah, jetzt dauert es aber lange zum Wasser aufnehmen, war es schon immer so, ach hier, blöde, hier ist ja die erste Hilfe, ich tippe, nein, nichts, so schade, so, und hier ist auch nichts gut, leider nichts gefunden, so, wir dürfen ja nicht kalt haben, ja nicht, äh, Hunger oder Durst, und dann geht es schon wieder nach oben, so, die essen wir mal, die sind relativ trocken natürlich, aber wir haben genügend Wasser dabei, so, gerade einen halben Liter Wasser weg, ja, was machen wir jetzt, überleben wir hier, ich weiss es nicht, denn, äh, hier hat es ja auch sehr viele, also, jetzt geht es uns wieder schlecht, ah, wir haben eine Infektion, scheisse, und jetzt können wir behalten, ich glaube, die behalten wir so, und jetzt müssen wir 8 Stunden rasten, okay, ist nicht so schlimm, wir hätten es sowieso gemacht, aber natürlich ärgerlich, dass wir kein Antiseptikum hatten, so, wieder 5 Stunden, gleich noch den ganzen Tag verschlafen hier, das geht, wir sind immer noch gleich beschissen, noch 3 von 8 Stunden, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal,